So Leute, da sind wir wieder mit einer weiteren Runde Brutato. Wir sind nach unserem erfolgreichen Run mit dem Mutanten beim Generalisten angelangt. Und dieser hier ist ein wenig speziell, der kann nämlich nur drei Nah- und drei Fernkampfwaffen gleichzeitig ausrüsten. Hmm, allerdings bedingen sich die Schadensboni auf Nahkampf und Fernkampf gegenseitig. Also ihr lest hier, zwei Nahkampfschaden pro einen Fernkampfschaden und einen Fernkampfschaden pro zwei Nahkampfschaden. Das heißt, mit ihm drei Nahkampf- und drei Fernkampfschaden ausrüsten und viel auf diese Flat-Damage-Arten gehen, weil sich dadurch die Waffen gegenseitig verstärken. Das könnte zum Beispiel gut passen zu der Kaktuskeule, die ja beim Mutanten gut funktioniert hat. Voila! Was auch gut klappen könnte, wären die ätherischen Waffen, weil dann nehme ich halt drei Nahkampf- und die drei Fernkampfwaffen, die Zepter. Hier passt es nicht so gut, denke ich, weil die Projektile, die die Blitzklinge schießt, skaliert mit Elementarschaden. Das haben wir nicht. Das ist einfach nur Nahkampf, Speer, Primitiv, nichts Besonderes. Das ist einfach nur Fern, MP und, also Pistole und MP das gleiche. Die Schleuder prallt dann ab und die hier skaliert mit Fernkampf und Reichweite. Also ich bin tatsächlich bei den ersten beiden eher dabei, versuche gleich mal die ätherische hier durchzukriegen und relativ früh auf Flat-Nahkampf- und Fernkampfschaden zu gehen. Und dann gucken wir mal. Gefahr 5 ist natürlich immer eine große Gefahr. Aber bei den ätherischen Waffen, wie gesagt, mit zwei Helden habe ich es schon geschafft. Mit dem Schreihals und mit dem Masochisten. Hier ist zum Beispiel schon Nahkampfschaden. Und jetzt kriegen wir auch einen Fernkampfschaden spendiert. Genau, wir kriegen jetzt das Geisterzepter hier. Rollen nochmal neu, kriegen den Flint. Sehr gut. Ich re-roll gleich. Uh, das ist halt perfekt. Nahkampf und Fernkampf, das brauchen wir. Und nochmal ein Geisterzepter. Und die machen wir gleich mal zusammen. Dass wir hier nur 18 Gegner killen müssen. Nehmen wir den Helm auch noch mit. Weil wir müssen irgendwie die Rüstung auch wieder gegen gieren. Nehmen wir mal mit. Also sparen ihn uns. So, dann können wir hier schon mal reinlunzen. Schauen wir mal, dass wir hier schon den ein oder anderen Max-LP-Stack kriegen. So, wie wir hier drauf sind. Jawohl, da haben wir ein Max-LP bekommen. Aber das war vom Level ab. Da waren Max-LP-Konzepter dabei. Gut, dann nehmen wir die eine Rüstung mit. Oh, ein Flint. Nice. Das nehmen wir mit. Gut, wir rollen nicht neu. Die Rüstung und den Eagle holen wir uns nachher. Äh, die tun wir gleich mal wieder auch zusammen. Sind da auch ein bisschen greedy. Wir machen da doch weniger, äh, Schaden tatsächlich. Insgesamt. Weil wir zwei etwas schwächere Waffen zu einer größeren kombinieren. Allerdings brauchen halt diese paar wenig Waffen weniger Stacks. Also weniger, äh, Feinde, um einen Stack zu generieren. Das wollte ich sagen. Genau, da war jetzt ein, äh, Max-LP und ein Angriffs-Speed mit drin. Und prozentual haben wir auch schon bekommen. Ja, einer war mal irgendwo dabei. Okay. Ähm, Fernkampfschaden. Nehmen wir. Uh, noch ein Flint. Okay, gut. Ähm, wir nehmen jetzt das. Jetzt haben wir schon acht Nahkampf und vier Fernkampf. Oho, wie skalieren die eigentlich? Komplett mit Nahkampf, komplett mit Fernkampf, komplett mit Nahkampf. Also, super. Gut, jetzt sperren wir nur noch den Helm. Das heißt, das ist viable. Die Bäume sperren wir uns auch. Und ein Zepter ist dabei. Ich muss nur daran denken, dass wir ja von den Flints und von den Äxten, ähm, nur drei haben können. Von den Zeptern können wir insgesamt auch drei haben. Weil das sind ja Fernkampfwaffen. Ne? Oh. Aber wir können es jetzt nicht, äh, perfekt aufteilen. Also, zwei Äxte, zwei Flints und zwei Zepter gehen mit dem Generalisten. Und wenn ich sterbe, geht es sowieso nicht mehr. Mollen wir uns mal hier den Keks und den, äh, das Juicy Stacks. Oh, jawoll. Da war noch irgendwie ein Stack drin. So, Elementar, Nahkampfernte geht runter, nehme ich nicht. Äh, Fernkampf nehme ich mit. Ja. Und das geht besser. Das ist das Level 5 Upgrade. Da zum Beispiel. Gut. Nehmen wir mal. Hm. Nehmen wir das Zepter. Nehmen wir die Rüstung. Und noch ein Igel. Perfekt. Und den Baum. Dann können wir kostenlos für 0 Coins rollen. Wir haben auch keine Coins mehr. Mal gucken, was dabei ist. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann sterben die Bäume instant. Und ihr seht hier beim Holzfällerhemd, schon mal gesagt, da steht einzigartig drüber. Ja. Oder unter dem Holzfällerhemd steht's. Das heißt, es ist zwar ein banales Tier 1 Item, aber man kann es nur einmal bekommen. Dann hat man ja diesen Effekt, dass Bäume mit einem Hit sterben. Und dann ist es auch rausgekauft. Kann es nicht mehr kommen, ja. Und damit ja was anderes, was man vielleicht gut gebrauchen könnte. Also es ist erstmal praktisch, weil Bäume dann sofort umfallen. Und es ist praktisch, weil dann hat man diesen Slot frei gekauft. Ne. Du wirst. Für andere praktische Sachen, die man vielleicht irgendwann dringender braucht. So. Also der Clear ist okay. Also der Schaden ist gut. Ne. Ich konzentriere mich gerade voll auf die Stärken des Generalisten, dass ich eben Nahkampf- und Fernkampf-Flettschaden zur gegenseitigen Bedingung. Dadurch sterben die Gegner sehr schnell. Irgendwann mal brauche ich auch eine Lebens-Wiederherstellungsmechanik. Weil die LP holen wir uns ja über die Zepter. Nahkampf-Schaden ist super. Jetzt kriegen wir vier Nahkampf und Fernkampf dazu. Müssten zwei sein. Also Fernkampf müssten jetzt elf sein. Genau. So, das ist nimmer. Jagdtrophäe ist halt gut, wenn wir viel kritten. Aber ich gehe null auf Krit. Also sehe ich nicht. Lebensabzug. Okay, das können wir uns nehmen. Da wir auch null auf Elementar gehen. Und mehr LP durch Verbrauchsgegenstände. Zum Beispiel die Kekse, die dann rumflacken, ist gut. Und ich lasse jetzt das hier mal komplett, weil dadurch kriegen wir auch plus 30 Ausweichen. Das ist ja auch eine Defensivmechanik hier. Und dann gucken wir, dass wir die Waffen auch langsam maxen. Dann machen sie nämlich noch mehr Schaden. Und ganz nebenbei, wie gesagt, wir kriegen Angriffsspeed. Wir kriegen Max-LP. Wir kriegen prozentualen Schaden zu unserem Plätschaden dazu. Ja, dann machen wir also auch genügend Damage. Und dann könnte das tatsächlich was werden. Also das Early Game war gut. Ich darf mich nur nicht zu sehr hitten lassen. Also wir haben noch keine Lebensregeneration. Bitte nicht. Da ist Keks. Gut, danke. Bis auf die Bäume. Die fallen ja sofort rum. Und ich kann mich hier heilen. Und viel zu wenig Lebensabzug haben wir. Ganz wenig, aber halt nicht genügend. Schau mal, hier haben wir eine dicke Ernte. Die nehmen wir uns jetzt mal. Und die Max-LP nehmen wir uns. Gut. Oh, ein größeres Zepth und eine Axt. Das, das und das können wir uns alles leisten. Das, das und das. Gut. Und dann sperren wir diesen Trank. Wir nehmen die Passive raus. Passive nehmen wir raus. Wenn wir uns dazu entscheiden, die Passive rauszunehmen. Können wir jedes Item bedenkenlos insta-picken, das uns LP-Regeneration quasi wegnimmt. Weil wir eh nicht drauf gehen. Wir werden auf Lebensabzug gehen. Wir werden auf die Kekse gehen. Ja, und wir werden halt auch auf Schaden und Max-LP gehen, dass wir den ganzen Schaden hier so aushalten. Und dann auch die Eliten legen, die da so kommen. Werden wir versuchen. Der Schaden passt auf jeden Fall voll gut. Also da haben wir schon einen Sweet-Spot erreicht. Den ganzen, du kommst nicht. So, ich stelle mich jetzt da hin. Ja, jetzt kam er links von mir raus. Also das war also eine Fehleinschätzung meinerseits, als ich meinte, der spawnt dann nicht. Weil halt der Gegner keinen Spawnpunkt quasi entdeckt, dachte ich. Dann spawnt er aber ein bisschen neben uns. Also das geht besser. Dann nehmen wir den Nahkampfschaden mit. Ja. So, und nehmen den Glückstrank mit. Das ist echt stark. Da würden wir beiderlei Schadensarten verlieren. Das will ich nicht. Gut, hier können wir jetzt zuschlagen. Hier können wir das nehmen und das nehmen. Und das nehmen wir nicht. Wir gehen ja nicht auf Passive. Genau. Die Rüstung nehmen wir mit. Wir werden halt langsamer. Irgendwann brauchen wir was mit Tempo. Aber wir müssen irgendwie die Rüstung. Denn negativ ausweichen macht nichts. Aber negative Rüstung heißt, wir erleiden zusätzlich Schaden. Das muss man bedenken. Wenn man hier in den negativ Rüstung Bereich geht. Der Schaden ist gut. Ist gut. Die Zepter schießen richtig. Wie so Laserpointer, Lasergewehre aus Star Wars oder so. Kommt tot. Was macht der mit Helm? Nichts macht der mit Helm. Und wenn man mit den Ätherischen einmal diese kritische Masse überzogen, also nicht überzogen, erreicht hat, ja, dass dann die Kills weiterlaufen, dann laufen ja auch die Stacks weiter. Und etwas, was stark ist, hier wird dann nur noch stärker. Nur unsere Defensive ist noch relativ dünn. Wir haben einigermaßen Ausweichen. Negative Rüstung ist halt blöd. Sieben Leben. Sabbel Reichweite ist nice. Das brauchen wir nicht. Rüstung 3. Jetzt haben wir mal 0 Rüstung. Dann nehme ich das doch nicht. Ich will die Tempo nicht verlieren. Ich bin schon bei minus 2 Tempo. Auf der anderen Seite, mhm, mhm, nee, ist schon gut. Reichweite ist auch nice. Ohne Nachteil. Lebensabzug nehme ich mit. Reichweite verlieren wir. Für ein, warte mal, ein Fernkampfschaden gibt uns doch auch 2 Nahkampf. Genau. Top. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hier schießen wir schon ein bisschen von der Weite. Wenn sie uns zu nahe kommen, kommt die Axt und die beiden Flints. Ich hätte aber lieber 2 Äxte als 2 Flints, muss ich sagen. Okay, da kommen die Stacks rein. Immer mal ein Max-LP. Immer mal. Einen prozentualen Schaden, Angriffstempo. Jawoll, da war ein Keks, da war noch ein Keks. Du bist da, stand ich mit drin. Komm halt nicht so, uh, so gut weg. Wir sind im Negativ-Tempo. Da bin ich mitten in den Mob reingelaufen. So, da sind zwei Kekse, die nehme ich. Da ist so ein Schatz-Goplin. Aua. Den wollte ich eigentlich haben, aber wollte jetzt auch nicht sterben. So, nochmal zusätzlich ausweichen, nehme ich. Zwei Rüstung nehme ich auch. Oh, ah, noch mehr Tempoverlust. Glück nehme ich auf jeden Fall. Noch mehr Tempoverlust. Da sind wir bei minus 9. Boah. Das muss ich dann erstmal wegkriegen. Nehme ich lieber die Max-LP. Ich nehme lieber die Max-LP, muss ich sagen. Ich verliere ein bisschen Ausweich-Chance. Angriffstempo-Fernkampf-Schaden. Das ist doch nice. Weil wir kriegen auch vier Nahkampf. Ja. Top. LP-Rack nehme ich nicht. Dann kann ich den ausgerenkten Kiefer auf jeden Fall nehmen. LP-Rack nehme ich nicht. Rückstoß interessiert mich nicht. Gut. Welle 10. Schuss, schuss, schuss. Schuss, 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 schuss. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. An den Waffen könnte mal wieder ein bisschen was kommen. Zwei Äxte wären mir lieber als zwei Flints, aber... Da haben wir Max-LP. Da haben wir Max-LP. Aua. Da haben wir einen Keks. So, so, so. Da haben wir ... Das haben wir da gekriegt, habe es nicht gesehen. Das war ein Angriffstempo. Da war Angriffstempo Max-LP. Ja. Das ist halt das coole animatärische. Du hast dann irgendwann zum letztendigen Punkt, an dem du stiegst... An dem du halt immer weiterstrackst, weiterstrackst, weiterstrackst. Da waren Schaden. Acht Sekunden. Uiuiuiuiui. Ich hätte so gern zwei Äxte. die dann da reinlunzen. Hier in diese Mengen. Das fehlt mir noch ein bisschen. Ich nehme mir die Rüstung mit. So, Lebensabzug. Wichtig. Glück. Wichtig. Ausweichen minus Rüstung. Nämlich nett. Auch nett für das Geld. Jagdtrophäe. Ein Igel. Perfekt. Ich gehe eh nicht auf LP-Rack. Macht meine Waffen alle stärker. Das ist eine Elite-Runde. Unsere Waffen sind nichts Besonderes. Gut, wir werden nicht drauf gehen, dass wir ihn killen. Das ist ein wenig voll spannend. Oder? Mit den Flims? Ja. Aua. Ich darf halt auch nicht so viele Hits kassieren. Lieber gehe ich auf die Kleinen. Und hier laufen mir auch diese Tanks rum, die Nerven. Wo sind denn Bäume? Bäume werden jetzt recht langsam mal. Ich bin auch nicht so der Schnellste. Also diesen ganzen Zeug hier auszuweichen, fällt mir auch nicht so leicht, weil ich ja die Tempo einbußen hatte. Aua. Da ist ein Baum. Das tut mir Leben. Wunderschön. So, und ansonsten stecke ich mich halt an den kleinen Husten. Ich kriege den Husten. So, ist zu gut. War ein bisschen besser. Ach, au, au. Zehn Sekunden, es kriege ich hin. Es kriege ich hin. Da links ist ein Baum. Den nehme ich. Einmal mit hinein den Husten. Jawohl. Da waren wieder ein paar Stacks dabei. Äh, Rüstung verlieren. Nope. Äh, Tempo. Ja, bitte. Auch wenn da rechts drei Lebensabzugs sind, aber ich habe dann das Negativ-Tempo weg und bin wieder positiv. Gut. Okay. Da kann ich die Flints kombinieren und nehme mir die Axt. Gut. Den Rest brauche ich nicht. Technik. Das nimmt mir Ernte. Ist aber trotzdem gut, weil zwei Nah und ein Fernkampfschaden. Gut. Ah, ein Flint. Blauer halt. Den Schmetterling kann ich nehmen. Äh, ein Blauer. Ja. Ja. Ich habe jetzt die zwei... Mir sind zwei Äxte tatsächlich lieber. Muss ich echt sagen. Ja. Zwei Äxte sind mir lieber. Pitchos. Den geht runter. Das ist auch ein einzigartiges Item. Hier die Tasche. Die kauft man einmal, dann hat man sie. 31 Gold hebe ich mir auf. Gut. Welle 12. Nichts Besonderes. Also nichts Besonderes. Anführungsstrichen. Keine Horde. Keine Elite. Kein gar nichts. Einfach nur Gegner. Wahrscheinlich kommen jetzt die erste Mal diese Fettklöpse, die die Schießbücher rausschmeißen. Tempo ist so angenehm. Du kannst einfach viel schneller hier von A nach B den Chargern und so ausweichen. Geschossen ausweichen. Schneller zu Bäumen. Schneller zu XP. Es schützt dich nicht direkt, aber halt indirekt, weil du halt Schaden und Gegnern besser ausweichen kannst oder besser zu Heilitems hinlaufen kannst. Oder schneller da hinlaufen kannst, wo du jetzt gerade Schaden machen willst. Ja, also es ist schon offensiv und defensiv echt ein wichtiger Wert. Ja, Tempo. Speziell finde ich, wenn man Geschossen oder diesen Schadensbereichen am Boden ausweichen will. Ja, wenn du da nicht schnell genug bist, dann... Naja. So, hier. Was haben wir denn hier? Tempo und Reichweite. Nemmer. Weil Elementarschaden interessiert mich nicht. Max LP. Oder Angriffstempo. Im Angriffstempo, dass wir mehr clearen. Ein Zepter. Gut. Wunderbot ist auch top. Alle Gegner in unserem Umkreis sind verlangsam. Und das ist halt stark, wenn es spät kommt. Ich könnte jetzt eine Sache machen. Ich könnte mir das sperren und dann im vorletzten oder letzten Laden kaufen. Bis dahin ist aber dann ein Slot im Laden immer belegt mit den Handschellen. Aber halt Nahkampf und Fernkampf ist halt super stark. Ich sperre mir das. Ein kleiner Flintboy. Einmal mei noch. Oh, eine Rüstung. Top. Gut. Beherrschung nämlich nicht, weil das nimmt uns Fernkampfschaden. Handschellen sind einfach zu gut, wenn sich das gegenseitig bedingt. Es gibt noch einen Charakter, den Stier, der Schaden macht, je nachdem wie viel Nah-, Fern- und Elementarschaden man hat. Und für den ist es quasi noch besser, weil der von allen drei Schadensarten profitiert. Aber auch da erst relativ spät nehmen, weil der Nachteil an den Handschellen ist, die Max-LP sind dann gecapt. Also wir können nicht mehr steigen. Man kann zwar den Wert noch steigern, aber sie münzen nicht den Max-LP um. Und wenn man dann zum Beispiel ein Item kriegt, das dir Max-LP wegnimmt, werden erst mal die Max-LP entfernt, die du ja nicht effektiv als Leben im Kampf bekommst. Ihr versteht? Also man kann noch damit traden, aber man kann sie nicht als Max-LP hinbekommen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hier einmal quer durch. War das schlau? Ja, wir haben 40 Leben. 20, 30. So viel gecleared haben wir da aber nicht. Es sind tatsächlich viele Gegner. Ich kill eh nicht alle. Ich nehme mal die weiße Fahne mit. Und den Muskelprotz nehme ich auch mit. Reichweite haben wir eh 45. Das ist bei Nahkampf Waffen eh nicht so gut. Das geht besser. Genau so was zum Beispiel nämlich mit. So, noch mal ein Muskelprotz und eine Axt. Top. Jetzt haben wir zwei Zweier-Exte und noch mal ein Muskelprotz. Top. Erhöht ja auch den Fernkampfschaden. Eine Axt. Top. Und eine Dreier-Geist Zepter. Top. Also, ihr seht, es geht auch einigermaßen, wenn man einen Slot im Laden sich quasi reserviert. Kein Item geht immer noch. Natürlich hat man eine Viertel weniger Chance, aber heißt ja nicht, dass bei den anderen drei Slots dann automatisch nur packen. Also, man kann sich dann, sag jetzt ich mal, mit einer gewissen Chance natürlich immer behaftet, einen Slot quasi reservieren, wenn dann das Item kommt. Ja, und es war ja, dann haben wir es gekriegt, Welle reizen. Ja, und dann kann man das schon machen. Für dich. Ne, wenn sich das dann hinten aus auszahlt, glaube ich. So, ähm, man weiß ja nicht, was man deswegen nicht bekommen hat. Ne, wenn wir es nie erfangen. So, ihr seht das jetzt vielleicht, es fängt wieder so leicht das Ruckeln an. Ich habe das Gefühl, das kommt immer bei diesen, äh, Schuss, äh, Wellen, wenn viele Projektile am Bildschirm sind. Dann fängt er neuerdings das Ruckeln an. Ich habe vom Handum Lott ein paar Videos gesehen, der meinte, ähm, bei ihm sei das auch so und er hat es dann auf einem anderen Rechner installiert und dann ging es ohne Ruckler. Ich habe mir nur gedacht, hä, wieso Ruckler, das ruckelt doch nie. Und, äh, kaum danach spiele ich es hier und bemerke auch erste Ruckler. Also, seltsam. Ich nehme mal die Flügel mit, dann bin ich super schnell. Da verliere ich, äh, prozentualen Schaden, kriege aber super Ernte. Wir haben schon noch ein paar Runden. Nehme ich mit. So, dickes Zepter, dann haben wir ein Vierer Zepter. Das ist gut. Weiter. Kleines Flint bringt mir nichts. Der Rest auch nicht. Bandana. Projekte, da kann ich einmal öfter Ziele durchdringen. Das ist halt für die Zepter gut. Speichern wir uns noch. Wir haben ja drei Zepter, sogar ein Vierer. Und jetzt stellt euch vor, das könnte zwei Gegner hitzen. Das ist schon gut. Hat mal super viel. Max LP, wenn der quasi, ich sag jetzt einfach mal, annähern, doppelt so viele Gegner kriegt. Na, dann gibt's ja Max LP. Ich mein, wir sind jetzt schon bei über 100. Max LP. Und das ist nicht nur doch unsere Levelanstiege. Ja, wir sind Level 17. Wir haben nicht so viele Max LP Leben und Levelboni genommen. Das ist auch aufsächlich die drei Zepter. Aua. Und jetzt sind wir gleich dort, wenn's so weitergeht. Kriegen wir vielleicht mal einen Baum? Oh Gott, da sind wir schnell. Boah, 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 boah. Bin mir nicht ausgewichen, ausgewichen, ausgewichen. Boah, in der Zone. Da links ist ein Baum. Da muss man hin. Boah. Boah, da war noch mein Kicks. Okay. Einmal ausgewichen, nice. Zwei Sekunden, eine. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Elementarschaden brauch ich nicht. Ich brauch da nix. Ach, komm an. Ausweichen? Ausweichen. Großes Ausweichen. Gut. Das können wir uns jetzt auch nehmen, weil wir jetzt haben wir ordentlich Tempo zum Traden. Das nehmen wir auch. Das und das. Den Cheton nehmen wir uns denn auch. Wir sind bei 10 Rüstung. 40 Prozent. Das sind wir so im 4 Prozent Bereich, wenn ich jetzt einen hergebe. Dafür 8 Prozent mehr Ausweichen. Hm. Glaub schon. Sperren wir uns mal beide. Da sind die Buffer hinten drin. Echt nicht. Über 100 Leben. Das ist schon gut. So. Jetzt verlieren wir. Was hat mir da vorher so viel Schaden? Und dann Stack Stack Stack. Zack, zack, zack. Wir ergreifen halt jetzt auch schon super schnell an, ne? Durch die Flints. Wir haben jetzt vorher doch ein paar Stack geholt. Können wir gleich mal schauen. Nach dem Angriffstempo. Die Max LP ist immer super. Jetzt sind die irgendwie in Rage. Genau. Diese Pick-Ux-Sichter da. Diese kleinen Runden, die müssen weg. Die müssen weg. So. Okay. Und Stack, Stack, Stack. Vor allem die kleinen weg. Das sind immer ein Kill, ein Kill, ein Kill, ein Kill. Ein Stack. Und wir bleiben immer schön über 100 Leben. Das war eine gute Runde. Die Feuerwehr war echt hart. Und die war jetzt super smooth. Ich verstehe es mir nicht. So, die Schnecke nehmen wir mit. Macht uns ein bisschen langsamer. Wir haben 19 Tempo. Die Gegner aber alle 5% langsamer. Und den Schmetterling. Drei Rüstungen nehmen wir mit. So. Oh. Hier kriegen wir gutes Zeug. Wir kriegen das. Und das. Und das. Genau. Und rollen einmal neu. Hm. Ah. Ist nichts dabei. Oder nehmen wir die Linse mit. Nehmen wir noch die Linse mit. Die 5 Reichweite jucken überhaupt nicht. Aber die 1 fähren und 2 Nahkampfschaden. Ja schon. Hm. Bein er niesen müssen. So. Ähm. Linse. Abfahrt. Ah. Baus. Komm her. Oh. Charger. Oh. Das sind die ganzen Tanks. Merft mich. Und da ist wieder das Pickel. Sieht weg. So. So. Was macht denn der Charger, wenn ich bei ihm stehe? Wie reagiert denn sein Lebensbalken? Wie reagiert denn sein Lebensbalken? Ich hab Angst. Ähm. Mein Lebensabzug ist noch nicht stark genug, dass ich mich drauf verlassen könnte. Meine zuverlässigste Heilungsart ist tatsächlich noch über Bäume. Weil ich die ja instant hier. Und relativ sicher auch mal einfach direkt hinlaufen kann. Aber ich glaube den Eliten krieg ich nicht. Ich geh tatsächlich lieber auf den normalen Stack. Und schau, dass ich bis Level 20 noch ein bisschen Lebensabzug kriege. Oder halt irgend so ein Über-Item. Ich hab tatsächlich was Items betrifft. In den letzten Runs. Mein war schon ganz okay. Aber so das Über-Item war jetzt eigentlich selten dabei. Wo ich gesagt hab. Boah. Genau das und das reißt jetzt das Spiel rum, ne? Da. Was will ich mit zum Turm? Ich spiel keine Türme. Ich spiel... Ja, Lebensabzug. Okay. Das nehmen wir mit. Oder in den Nahkampf? Lebensabzug. Ich brauch hier, äh... Heilungsmechaniken. Sowas hier zum Beispiel. Ah, da haben wir noch so ein. Sehr schön. Ist gut. Kaktus. Lebensabzug weniger. Nope. Da. Nee. Der Rest ist nix. Gut. Wir warten noch mit den Handschellen. Am besten bis zur 20. Runde. Hat die. Und ihr heilt, ne? Oder diese Knoppen? Die hier sind doch Heiler. Das schaut für mich so aus. Für die rumlaufen ist der Heileffekt ausgelöst. So. Okay. Aber jedes Mal, wenn es so viel, viel macht, dann haben wir ein Stack, irgendwas gekriegt. Das ist schon nice. Das läuft gut. Das ist wichtig für uns decken jetzt hier. Zumal das ist ziemlich viele kleine Gegner. Das sind jetzt. Nicht diese hässlichen Eifelche auch. Die sind auch so nervig. Die da sind irgendwo. Nein, denn sie könnten... Da. Da. Weg mit dir. Da. Weg. Weg. Da. Einer ist geschlüpft. Und weg ist er. Oh Mann. Ah. Jetzt sind schon viele Projektile wieder. Aber es läuft doch flüssig. Also das ist manchmal komisch. 140 Max LP. Okay. Das nehmen wir nicht. Wir gehen nicht auf passive Regeneration. Den Muskelprotz können wir nehmen. Die Augen können wir auch nehmen. Weil wir ja ziemlich viel Max LP haben. Jetzt rerollen wir noch einmal. Das speichern wir uns auch mal. Ja. Dann werden wir nämlich stärker. Also insgesamt sind wir dann stärker. Und die Handschellen nehmen wir uns dann in Welle 20. Dann erhöhen wir das Max Leben in der letzten Runde nicht. Aber bis dahin können wir es ja noch erhöhen. Wir haben jetzt eigentlich vorher das Bandana genommen. Ich glaub schon oder? Die durchschlagen doch einen Gegner ein zum Kleinen. Das ist gut. Schieß doch einmal durch hier mit ihren Laserblastern. So den großen weich mal aus. Deine interessieren uns grad gar nicht mehr so vom Schaden. Die fallen auch schnell genug um. Da ist so ein Pickelduch. Da ist so ein Schnorchelduch. Nur die großen mit ihren Hornhelmen. Die ist ja noch ein bisschen egelhaft. Die tun Power, wenn sie dich bitten. So der Rest hier, die kleine. Da können wir richtig durchbruchern. Und uns hochstacken. Da sind wir bei 154 Leben. Jawoll. Da kann man auch ein bisschen greedy jetzt einfach reinlaufen. Die Waffen Arbeit machen lassen. Ah, schau doch. Das sind 60 Leben. Das müssen wir ein bisschen. Genau, 60 Leben. Ja, gut. Ich bin einfach quer reingelaufen. So, dann nehmen wir die drei Rüstungen mit, würde ich... Oder? Nehmen wir die Rüstung mit. So, und jetzt können wir uns das beides leisten. Ja. Das sind... Ähm... 64... 200... 400... 300... Ja, locker. Also das und das. So, und jetzt seht ihr da oben rechts. 156 gekappt. Und 156 Max LP haben wir auch. Wenn wir jetzt noch was mit Max LP kriegen würden, würde der Wert hochgehen, aber wir würden es im Run nicht merken. So, und da ist dann nichts mehr. Okay. Dann probieren wir es jetzt mit den ätherischen Waffen. Wir haben es bis auf 43% Schaden geschafft. Wobei die Weisheit uns ja am Anfang 20% nimmt. Und dann alle 5 Sekunden werden wir stärker. Angriffstempo auf über 100 und Max LP auf 156. Das ist schon viel. Mit dem Dickerchen hatte ich ein bisschen mehr als 200 Max LP. Und der geht auf Max LP. Geht ja der Generalist so nicht. Das waren nur die drei Zepter. Ja. Gut. 18% Lebensabzugschance. Ausweichen 50. Rüstung 15. Das sollte schon klappen. Und wenn wir es nur durchstehen praktisch. Machen 76 Schaden die Zepter. Das große 86. Normalerweise 25. Die Axt 159. Normalerweise 40. Er flinnt 119. Die zwei Herrschaften. Okay. Die Schüsse. Die ballern schon rein. Ich versuche mal ein bisschen zu fokussen. Ein bisschen zu heilen. Der hat uns schon Aua gemacht. So. Hier. So. Genau. Dass der dann hier so reinschießt. Jetzt chargt er wieder. Jawohl. Kannst du rein chargen. Nur nicht in den Weg hinein. So. So. Okay. Da drüben ist ein bisschen, was die heilen. Okay. Gut. Jetzt ist er wütend. Der eine. Wütend. Der ist verstärkt. Über 120 Leben. Okay. Da war aber irgendwo ein Keks. Hilft uns wieder. Okay. Jetzt schießt der so. 130 Leben. Okay. Okay. Na. Ich glaube. Wir spielen das Defensiv. Ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Wenn wir den auf die Pelle rücken. Das ist doch gefährlich. Da macht er diese Kreise. Wie schnell muss man sein, um uns diese Kreise rauszulaufen? Ja. Wie hoch muss das Tempo sein? Was man schneller ist, als diese ausgelöste Schadensbehörde. I wonder. Ja. Aber schaut gut aus. Wir sind immer noch bei über 100 Leben. Die Bosse interessieren sich irgendwie nicht so für uns. Die sind irgendwo auf dem Map. Da ist wieder einer. Ja. Und geschafft. Gefahr 5. Wieder clear. Nice. Und wir haben es geschafft mit den ätherischen Waffen. Vor allem über die Max LP. Dadurch, dass wir drei Fernkampfwaffen tragen können mit ihm, haben wir natürlich auch den Fokus hier auf Max LP legen können. Angriffstempo über 100. Das waren halt nur die Flints oder der eine Flint, den wir hatten und den Prozentualschaden hier ziemlich hochgekickt. 71 Flat Damage Nahkampfschaden. 35 Fern. Haben die richtig reingelumst. Also das war halt der Vorteil hier dran, ne, am Generalisten, dass sie hier Nahkampf und Fernkampf gegenseitig bedingeln, ne. Plus 38, plus 16. Okay, Leute. Haben wir geschafft. Neuer Durchlauf. Auch auf dem ersten Versuch jetzt hier, ne. War nur einer. Und beim nächsten Mal seht ihr hier beim Schreihals, der ist schon gelb hinterlegt, weil das war einer, der, äh, ähm, mit dem ich es mit den ätherischen Aufgaben Bar 5 schon mal geschafft habe. Weil er eben mehr Schaden macht und mehr Gegner generiert. Die Hälfte mehr Gegner. Das heißt, wer Stacks. Können wir probieren. Sonst hat er hier nichts. Mit minus 3 Ernte am Ende einer Welle. Wir generieren die ganzen Ressourcen über Kills, ja. Wir brauchen keine Ernte. Wenn es euch gefallen hat, mit dem Generalisten, na, Like, Abo und oder Kommentar. Hier. Und beim nächsten Mal, wenn ihr wollt, wieder zusammen. Bis dann.